Planen Sie einen Urlaub in Orlando? Auf unserer Webseite www.vitur.com finden Sie tolle Videos mit Tipps zu den Bremenparks, Attraktionen für Familien, das Nachtleben der Stadt und vieles mehr. Hier sind vorab bereits fünf Dinge, die Sie über Orlando wissen sollten. Touristen findet man das ganze Jahr über in Orlando, aber besonders voll wird es in den Monaten März und April sowie Juni bis August. Überall werden die Warteschlangen dann länger und länger. Ziehen Sie daher einen Besuch außerhalb dieser Peak-Seiten in Erwägung, wenn das Walt Disney World Resort oder die Universal Studios ganz oben auf Ihrer Liste stehen. Der Besuch der Themenparks kann eine teure Angelegenheit werden. Hier ein paar Tipps, wie man Geld sparen kann. Bringen Sie Wasserflaschen, Snacks, belegte Brote, Sonnencreme, Batterien und leuchtendes Spielzeug für die Kinder mit. Sonst werden Sie schnell erfahren, dass das Eintrittsticket nicht die größte Geldausgabe war. Wenn Sie vorhaben, in den Parks eine Mahlzeit einzunehmen, empfiehlt sich ein Mittag anstatt ein Abendessen. Auf unserer Webseite www.vitur.com finden Sie Videos speziell über die Orlando Themenparks. Um nochmal auf das Wetter zurückzukommen. Zwischen den Monaten Juni bis September sollte man mit nachmittäglichen Gewitterstürmen rechnen. Florida gilt als das Hauptzentrum für Blitze im westlichen Teil der Welt. Halten Sie sich daher während eines Gewittersturmes nicht im Freien auf. Ein Familienurlaub kann zu einem Albtraum werden, wenn man nicht die Dinge findet, die Sie und Ihre Kinder gleichermaßen genießen können. Orlando bietet eine Vielzahl an Attraktionen, die Sie garantiert auch interessant finden. Bedenken Sie bei Ihrer Planung, dass alle Reisenden den Urlaub genießen sollen. Auf unserer Webseite www.vitur.com finden Sie Videos speziell zum Thema Nachtleben und Dinnershops. Zwei weitere Tipps sind die Mitnahme von trockenen Kleidungsstücken, sollten Sie während einer Achterbahnfahrt mit Wasser rutschen oder im Gewitterregen nass werden. Planen Sie zudem immer etwas extra Zeit für die Anfahrtswege, da es besonders während der Peak-Seiten zu Staus kommen kann. Auf unserer Webseite www.vitur.com finden Sie weitere Videos über Orlando und tolle Tipps, wie Sie Ihren perfekten Urlaub im Voraus planen können. www.vitur.com